Ich wollte wieder SD machen, Alter, da siehst du schon, ich bin völlig nicht mehr in diesem Game drin, Alter, what the fuck. Nils, raid doch mal. Oh nein, es gibt neue Ping. All in, Alex. Huki huki, zack, da ist er noch nie weg gewesen. Man sieht jetzt ja sogar, wie weit ich gehalten kann. Einfach Stutzrede. Ohne Spaß, Jungle ist jetzt ein Rollstuhl und Riot schiebt dich, ey. Oh, oh. Wieso haben die Nautilus Jungle? Nils, ich muss dashen, ne? Du machst das. Ich stell mich da vor dich. Bin ja nett. Ist der ein Double Buff? He 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 he. Er hat kein Double Buff. Oh. War ja ein guter Gang von denen, Alter. Kappa Klaus. Rein. Weiß ich nicht, Alex. Oh Mann, ich hab doch Flush. Oh, die auch. Alter. Da ist der Rollstuhlfahrer. Boah, ich will gar nicht mit League anfangen, ey. Ich hatte so eine schöne Zeit die letzten Monate. Ah, dieses ist nur Pre-Season, das juckt nicht. Junge, der Kassadin hat ja 90% Mid-Rate. Gleich nicht mehr. Gehärte 92. Ja, Junge, jetzt steht der 3-0, ey. Geil. Oh. Oh, Junge, nervt doch nicht. Du Stück. Was ist denn das für eine Animation schon wieder gewesen, Alter? Kannst du mir das mal verraten? Ja, jemand guckt. Junge, allein, dass Nautilus Jungle einfach possible ist. Riot, ey, bitte töten euch. Griff, Herald, Gif, Take. Gif. Jonas, weg vom Herald. Ist Demokratie hier. Du bist überstimmt worden. Mann, Jungler macht wieder nur sein eigenes Ding. Boah. Ich hab ihn noch schon halb. Kannst du dich nicht dem Team wieder setzen? Das ist ne Demokratie hier. Oh, was will denn hier die ganze Zeit, ey? Ey, geht echt ein bisschen auf die Nerven da, Mann. Okay, er hat seinen Hook raus. Bitte, könnte kommen. Ich kann dich nochmal stunnen. Ohhhh. Jetzt kann ich nix mehr für dich machen. Jaaaa! Oh, Alter, du dummes Stück. Affenkacke, ey. Och, Mann. Das ist denn hier schon wieder auf der Botterrain, du? Geil, kommt der gefeatete Kassad wieder aufs Botterrain. Alter, was? Unser, unser, unser... Filius Top ist völlig am Reinenden? Das ist ja... Boah. Da kommt doch noch wer, wenn die hier kommt. Vielleicht auch nicht. Oh, als ob das nicht reicht. Oh, Mann, ey. Wie können die denn hier jedes Mal hinkommen, Alter? Wie kann man denn eine Lane so ähnlich sicken? Boah, Junge. Ich werde dieses Spiel, Alter, nicht mehr anfassen. Wieso habe ich mich überreden lassen, diese Woche zu spielen? Weil erst mal einen T-Eingießen hier zu beruhigern. Du, und die können gar nix hier im Bot-Lane und durch, ey, dieser scheiß Nautilus war jetzt das vierte Mal da und der Mid-Lane auch zweimal. In 14 Minuten, Diggi. Wieso haben wir solche Gümpel-Mage schon wieder? 1, 4 und 0, 3. Bitte nicht so viel saufen am Tag. Junge, was muss man trinken, damit man mal Affilius Top-Lane spielt? Oh, da kommt Gold. Nein, ich habe gar keine Reflexe. Oh Mann, und der gefeatete Huard ist wieder hier, ey. Oh, und ich werde gehuckt, ey. Ich habe ihn in einen Stun gehuckt. Okay, der überfährt uns einfach komplett. Schwierig. Die sind ja auch noch Pre-Mate, Alter. Die sind Pre-Mate, unsere Mates? Ja. Alter, geil, Junge. Oh nein. Na auf, Nils. Wieso bohrte denn auf die Bot-Lane? Lass mich in Ruhe, du Stück Scheiße. Ja, du bist beim Tippi abweggestratzt und der chase dich überhaupt, aber egal. Ja, krieg ich den auch. Cooler Champion. Surrender. Weißt du, alles haben sie neu gemacht, außer das Surrender. Das Kiste sieht immer noch gleich aus. Oh Mann, nervt der. Ich rette dich. Digga, was ist das? Der hat mich einfach nur mit einem Q und einer E gedrungen. Junge weg. Okay. Okay, der macht, äh, ich, ja. Ja, Shutdown. Ja, genau. Oh, der ist weg. Und tschüss. Mit Stopwatch, dass dieses Item auch immer noch im Spiel ist, ist auch eine Frechheit, Alter. Deals hast du Spaß? Ja, eine Menge. Jungs, müssen wir nehmen den Drake. Ganz klar für Take. Ah. Unser Mittleränder ist tot, müssen wir abgeben. Unser Mittleränder ist das ganze Spiel tot. Ich glaube, der war noch nicht einmal auf der Lane. Da kommt der Navi, ne? Oh, ey. Dieser Full-Ul-Pobolt, Hobolt, ey. Geh da nicht hin, ne? Ich kann da nichts tun. Oh, ich hab ihn voll gedodged. Junge, was hat der denn für Cooldowns? Joa. Ist noch nicht mal Level 16, Alex. Kannst dir vorstellen, wie er ist mit Level 16. Ist ein guter Champion einfach. Junge, wer will denn da nicht aufgeben, ey? 13 zu 28, da steht 19 zu 1 und wir haben bald Objective Pounties. Mir geht's schon nicht gut, weil ich krank bin, ne? Und dann muss ich mir hier noch sowas... Da muss ich mir hier auch noch sowas antun, Alter. Wirklich. Nächstes Game wird besser. Ist egal. Ja, ich bin einer von den Maiar gedrückt, hätte. Krieg ich! Ey, ne. Ich bin One-Hit gestorben. Ich wollte gerade die Dinge zu Ulten. Und der Kassadin hat mich gewone-hitted. Die Müll-Mate. Knappe Sting-Ul, ey. Ihr seid so unnötig. Ja, was ist das für Huren, die einfach reiqen und inten? Die waren beide scheiße. Wir hatten kein gutes Game, aber die waren wirklich einfach scheiße. Das war int. Naja, Neel State kam auf jeden Fall. Ja, ist nicht cool. Chill. Ich dachte, der Viktor können wir bürsten, aber dann kam wieder Alistair um die Ecke. Hi, ich bin Wukong. Wukong ist aber auch so ein richtiger Scheppchen, Alter. Mach mit einem Tastendruck 500 Schaden. Moin. Oh, Alter. Ich will das verlieren. Deon. Ich gg easy. Das ist die. Let's go!